So, hier geht es um eine kurze Einführung in einfache statistische Dinge mit GnuOctave. GnuOctave ist Open Source, frei verfügbare Software, kann man unter der hier oben angegebenen URL herunterladen und ist sehr, sehr, sehr weitgehend mit MATLAB kompatibel. Das hat gegenüber dem MATLAB den Vorteil, dass es umsonst ist, offensichtlich. Allerdings, das muss man sagen, MATLAB hat typischerweise bei rechenintensiven Dingen den besseren Code, ist deswegen schneller und hat auch umfängreichere Möglichkeiten, GUIs zu designen. Darauf kommt es hier aber nicht an. Ich möchte nur ein paar Dinge darstellen, die man hier so mit statistischen Sachen machen kann. So, das sieht hier so aus. Das GnuOctave. Wir haben hier ein Befehlsfenster, hier haben wir ein Verzeichnisfenster. Das sind meine Verzeichnisse hier, die spielen nicht wirklich eine Rolle. Und da haben wir ein Variablenfenster. So, wenn wir jetzt einfach nur mal eine Zufallszahl haben wollen, zwischen 0 und 1, gleich verteilt, dann können wir das hier, das RAND 1, 1 aufrufen. Ja, das müsste auch mit RAND 1 gehen. So, auch dann bekommen wir so eine Zahl, die 1 an dieser Stelle gibt nicht etwa an, was das Maximum ist, sondern die gibt an, was die Dimension der Matrix ist dabei rauskommt. Und wir könnten jetzt zum Beispiel eine x-uniform verteilte Matrix aufstellen. 1000 mal 1000. Bitte mit Semikolon abschließen, sonst dauert es lange. Und dann sehen wir, dass hier eine Matrix entstanden ist, Größe 1000 mal 1000 von gleichförmig verteilten x. Plotten wir einfach mal die erste Zeile davon. Das geht mit diesem Befehl. Ups, das ist natürlich x, u. So, und dann sehen wir hier eben die gleich verteilten Zahlen, 1000 an der Zahl davon, die hier zwischen 0 und 1 zu finden sind. Da ist nicht so ganz super skaliert hier, ganz super zu lesen, aber sei es drum. So, Autosalierung bringt uns das wieder zurück. Okay, damit wir erstmal sehen, wie denn überhaupt eine normal verteilte Verteilung im Grenzfall entsteht, ja gut, können wir einfach mal immer die Zeilenweise die x aufsummieren und dann kommen wir hier beispielsweise mit x normal verteilt gleich Summe x, u. Das summiert jetzt entlang einer Zeile jeweils und dann sehen wir, das ist jetzt hier nur noch ein 1000 Einheiten langer Vektor. Da der Mittelwert der gleich verteilten Werte 0,5 ist, würden wir erwarten, dass die Werte hier auch um den Bereich 500 liegen und das tun sie auch. Wir können uns das Ganze jetzt ja nochmal anzeigen lassen. Hier ist es etwas einfacher, einfach nur Plot xn und dann gucken wir uns das an. Da sehen wir, dass die Werte a um 500 rumliegen und dass hier auch die großen Ausreißer deutlich kleiner sind und die meisten hier da drumherum schwingen. Das wollen wir uns noch näher anschauen. So, gehen wir mal los und schauen uns beispielsweise hier einfach nur mal das Histogramm an. Automatisch in der Einstellung, wie es jetzt hier ist, macht das uns 10 Eimerchen, die jetzt irgendwie willkürlich von Minimum zu Maximum gewählt sind. Wir können das Ganze jetzt nochmal nachrechnen und Sie sehen eben, dass hier unterschiedliche Eimerchen sind und Sie können vielleicht ermessen, dass das hier eine Gaussverteilung ist. Das können wir vielleicht etwas später nochmal uns genauer angucken. So, was haben wir noch? Wir können uns natürlich den Mittelwert angucken. Alps, Min natürlich. So, um 500. Wir können uns die Varianz angucken. Um 80. Wir können uns die Standardabweichung angucken. Das ist die Wurzel aus der Varianz. Das sollte irgendwie hinhauen. Ob die Varianz jetzt wirklich genau so stimmt, wie man sich das hier vorstellt, können wir jetzt so nicht nachrechnen. Machen wir jetzt auch so erstmal an der Stelle nicht. Okay, so. Um das ein bisschen einfacher noch vielleicht hinzukriegen und mit normal verteilten Werten zu rechnen, nehmen wir uns doch einfach mal eine Normalverteilung vor. Und das können wir machen, indem wir hier eine Variable rn definieren. Und die machen wir rand n. Da kommt es wichtig, dass das n am Ende steht. Und dann machen wir gleich einen Vektor von 10.000 Längen mit Semikolon abschließen. Sonst schreibt er uns nämlich alles auf den Bildschirm. Die können wir uns auch mal angucken. Hier, Plot rn. Das sind jetzt ganz, ganz viele Werte, die sich um die Null ranken. Und die Standardabweichung hier ist gerade 1. So, und da sollten die allermeisten Werte zwischen 0 und 1 liegen. Und dann gibt es auch Ausreißer, die hier bis zur 4 hochgehen. Und so ist es halt. Auch da können wir uns natürlich eine beliebige Verteilung generieren. Definieren wir mal ein Sigma von 3 und ein µ von Nehmer 5. Das können wir mit Semikolon abschließen, müssen wir aber nicht. Und definieren ein rn2. Das ist einfach nur das rn mal Sigma. Da erweitern wir oder setzen wir die Standardabweichung und addieren ein µ drauf. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, hier, Pfeil hoch, gibt die alten Befehle zurück, sehen wir, dass wir hier um die 5 drumherum sind. Und die Spannbreite ist einfach größer geworden. Okay. So. Auch hier können wir uns den Mittelwert angucken. Min rn2 und meinten wir auch die Standardabweichung rn2. Und da sollten die Werte rauskommen, die wir auch in etwa da reingetippelt haben. Nämlich 5 für den Mittelwert und etwa 3. für die Standardabweichung. Und das ist auch so. Nämlich mit 5,02 oder 5,03 liegen wir ziemlich dicht dran. Ja, gerundet sind wir da ja bei 3. Also das passt dann schon. So. Schauen wir uns spaßeshalber das einfache Histogramm nochmal an. Hist. Hist. Rn2. So. Das sieht jetzt auch so aus. Das sind relativ dicke Blöcke hier, weil nämlich hier unten Blöcke sind, in denen fast nichts ist, weil nämlich die größten und kleinsten, die kleinsten und größten Werte bis dahin gegangen wären. Wenn wir das etwas eingrenzen wollen, können wir das natürlich tun, indem wir jetzt sagen, Hist. Rn2. Und dann geben wir hier einen Vektor an, in wie wir die Eimerchen gerne hätten. Ich mache die jetzt mal von Mittelwert minus 4 mal Sigma in Sigma Zehntel Schritten. Sigma Zehntel bis µ plus 4 mal Sigma und dann sehen wir sehr, sehr viel kleiner, sehr, sehr viel mehr kleine Eimerchen. Genau. Autoskaliert hat er sich viele kleine Eimerchen. Hier gibt es Ausfälle da drin. Das geht auch sehr, sehr weit. Ich möchte auf 1 aufmerksam machen. Wenn wir hier jetzt beispielsweise nur von minus 2 bis plus 2 Sigma arbeiten, dann kriegen wir hier an der Seite so große Häufigkeiten raus. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir es hier damit zu tun haben, dass die Eimerchen eben nicht so breit sind, wie hier suggeriert, sondern die Eimerchen gehen bis minus und endlich und da gehen sie bis plus und endlich. Also alles, was da außerhalb des Bereiches reinfallen würde, ist genau dann auch mit da drin. Okay. Ja, wir können uns dieses hier als x-Achse definieren. Das kann man einfach mal rauskopieren. Steuerung c und dann haben wir hier ein x gleich Steuerung v. Können wir uns mal ausdrucken lassen. Dann sehen wir, was passiert, wenn wir da kein Semikolon hinter machen. Dann kommt nämlich das alles dabei raus. Okay. Ja, schauen wir uns mal die Probability Density Function an, also die Wahrscheinlichkeitsdichte Verteilung. Dann hätten wir hier jetzt Plot x auf der x-Achse, Norm PDF von x, also an den Punkten x mit µ und σ als Parameter und dann sehen wir eben hier die Normalverteilung. So. Könnten wir natürlich auch noch, wenn wir hier breitere Bereiche nehmen würden, hier über 4 beispielsweise. Dann sehen wir, dass das hier dann auch irgendwann mal richtig runter zur 0 geht. Also da kann man es ja von 0 nicht mehr unterscheiden. Bei 2 Sigma waren wir da ziemlich dicht dran. Ich hoffe, dass man das auch einigermaßen auf dem Video sehen kann. Wenn sie das stört, dann könnte man hier jetzt noch den Parameter line width auf 5 setzen und dann haben wir gleich eine dickere Linie, die man dann auch besser sehen kann. So. In dasselbe Bild möchte ich jetzt die kumulative Density Function, die cdf-freien Blotten. Dazu mache ich erstmal Hold On. Hold On heißt, dass das Bild gehalten wird und da muss ich an der Stelle hier nur etwas ändern, nämlich muss aus dem P hier ein C machen und ich mache das gerne noch hier in rot. Also mit einer roten durchgezogenen Linie. Genau, was passiert hier? Sie sehen, dass es dann hier oben auf die 1 geht und ja, das ist es eben nicht. Also das ist dann im Prinzip das Integral von dem. Okay. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir die Verteilung vielleicht mal checken wollen. Da haben wir den Probability Density Plot kennengelernt. Hier nehmen wir den Quantilen Plot. Wir können hier mit Help Kuku Plot uns die Hilfe dazu anzeigen lassen, was der denn kann. Quantil Plot, das ist genau das, was wir wollen, denn da wird die Inverse der CDF verwendet. Das können Sie alles gerne offline mal durchlesen an dieser Stelle. und ich mache hier mal die das Hold wieder off, weil wir ja die Daten jetzt in dasselbe Diagramm reinplotten wollen und würde mir jetzt hier eben mit Plot Sort Rn2, das ist die x-Achse, also die sortierten Variablen da, die sollen jetzt nach dem Kuku Plot Rn2 Norm und dann Parameter µ und Sigma man gibt damit also an, welche Verteilung gemeint ist, die Klammern zu und dann sollte das funktioniert haben und dann müsste man jetzt sehen oder sollte man sehen, dass das hier auf einer Linie liegt und das passt auch ziemlich gut eigentlich hier unten. Das ist immer das, was ich sage, weit entfernt vom Mittelwert, viele Standardabweichungen abgewichen, hat man immer wieder Probleme. Ich mache es noch mal ein bisschen. Fetter So, dann sieht man es auch besser. Also hier in der Mitte haben wir genau eine Diagonale, die hier durchgehen sollte. Das Ding trifft auch, wir können auch das Gitter mal anmachen, trifft hier bei der 5 genau dadurch und die 0 trifft auf die 0 und die 10 auf die 10 und hier oben, wenn wir viele Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt sind, dann wird das immer schlechter und dann sieht das so aus, als wenn wir hier abweichen. würde. Schauen wir uns ruhig noch mal das Rn an, das wir eben, das wir mal hatten. Das war das, was wir oben konstruiert haben, aus der Verteilung, aus der gleichformigen Verteilung und der Aufaddierung einfach und auch da sehen wir, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Halt, ich habe das falsche genommen, ich wollte das Xn nehmen, auch Rn, das ist das nicht verschobene, genau, das ist jetzt die noch nicht mit der Standardabweichung skalierte und die nicht verschobene Variante und jetzt wollen wir uns noch das Xn angucken, das ist das, was wir eben oben konstruiert haben, aus der Aufsummation von gleichförmig verteilten Werten. Wir sehen zunächst einmal, dass wir hier natürlich den Mittelwert bei 500 haben, ich mache nochmal das Gitter an. So, etwa eine Spanne von minus 470 bis 525 oder sowas um den Dreh. So, und wir sehen, dass das doch sehr diagonal verläuft, auch hier mit den Ausreißern hier unten an der Ecke und an der Ecke hier oben, na weniger, aber hier unten vor allen Dingen, was schlichtweg daran liegt, dass wir hier es damit zu tun haben, dass wir wieder viele Standardabweichungen entfernt sind. Ja, und wir haben zudem die Diagonale, die da relativ gut durchgeht. Okay, auch das war natürlich wieder skaliert hier mit dem Mittelwert von µ und Sigma. Nehmen wir mal einfach hier 500 und 1 als Standardwerte. 500 wissen wir als der Mittelwert. So, dann sehen wir aber, dass hier keine Diagonale wirklich wird. So, keine Diagonale wird, sondern wir sind hier bei 400 und bei 498 Standardabweichungen sind wir bei 480 circa. 18, wir wollen mal mit einer Standardabweichung von 9 probieren, vielleicht kommen wir da etwas besser zur Rande. Also einfach mal ausprobieren, ob man hier eine andere Standardabweichung nehmen kann und ich müsste mir das Gridon mal standardmäßig reinmachen und da sehen wir schon, die 480 geht hier auch durch die hier auf der Diagonale dann da durch. Das heißt also, wir könnten jetzt mal behaupten, so nach dem Auge und abgeschätzt, dass unsere 1000 gleichförmigen Werte aufaddiert dazu führen, dass wir eine Mittelwert, eine Normalverteilung haben mit einem Mittelwert von 500 und einer Standardabweichung von 9. Das passt eigentlich ziemlich gut hier. Okay, jetzt möchte ich noch zeigen, was passiert, wenn man da vielleicht mal Werte irgendwie manipuliert. Ich schreibe jetzt mal gleich dahinter, das ist gut und dann muss ich das nicht einzeln von Hand noch eintippeln. So, hier haben wir wieder die RN2 genommen und jetzt addieren wir doch da einfach mal unsere ja, vielleicht mal eine gleich, generieren wir uns noch eine gleichförmige Verteilung, RU von RAND 10.000 1 von 10.000 Werten und jetzt addieren wir doch die einfach nochmal da drauf, also verschieben ganz bewusst die Verteilung und dann müssen wir ja sehen, dass das dann eben keine Normalverteilung mehr wird. Naja, hier hat sich noch nicht so viel getan, man sieht hier oben, dass es vielleicht ein bisschen flacher verläuft, aber wir müssen den Wert vielleicht etwas mehr betonen, hier meinetwegen mal 10. Ja, man sieht so ein bisschen die Verbiegung, sieht vor allen Dingen, dass sich hier die Werte etwas verschoben haben. Nehmen wir noch was dazu, mal meinetwegen 50. Da sehen wir es dann ganz deutlich, dass hier das von der Diagonalen oder von der Geraden auch erheblich abweicht und wir es hier dann doch sehr wahrscheinlich nicht mehr damit zu tun haben, dass das hier eine Normalverteilung ist mit den Parametern, die da angegeben waren, also unsere Hypothese jetzt also auch augenscheinlich nicht mehr stimmt. Ich möchte Sie ermutigen, hier nochmal mehr und mehr und mehr zu spielen. Ich werde noch ein paar Aufgaben dazu hochladen, dass Sie da auch ein paar Anregungen haben. Das ist ein paar Anregungen. Vielen Dank.